Knoll Maschinenbau mit Sitz in Bad Saulgau gehört zu den führenden Anbietern von Förder- und Filteranlagen für Späne und Kühlschmierstoffe in der Metallbearbeitung. Der Materialfluss in der Produktions- und Versandlogistik läuft hier optimiert, fast fehlerfrei und transparent. Denn bei Knoll werden die vor- und nachgelagerten Kommissionier- und Transportaufträge zentral durch SAP und die darin integrierten Add-on-Lösungen der Flexus AG gesteuert. Die mobilen Apps von Flexus ermöglichen das beleglose Buchen sämtlicher Warenbewegungen zwischen Wareneingang und Kommissionierung bis hin zur Übergabe an die Montage. Über das Display der Touch-Computer erhält der Bediener eindeutige Anweisungen wie zum Beispiel die genaue Regalfachadresse und die dort zur entnehmende Menge eines bestimmten Artikels. Jede Warenbewegung wird mit dem Scanner quittiert und unmittelbar in SAP gebucht. Dadurch ist der aktuelle Auftragsstatus jederzeit völlig transparent. Bei Bedarf kann sich der Bediener per Knopfdruck von einzelnen Artikeln eine Abbildung anzeigen lassen. Verwechslungen werden damit praktisch ausgeschlossen. Parallel steuert das Flexus Transportleitsystem alle Arten von Fahrzeugen einschließlich Routenzügen und den fahrerlosen Transportsystemen AGV von SafeLock, wobei der Einsatz des AGV-Anbieters flexibel ist. Die AGVs bewegen sich in den gleichen Hallenbereichen wie die Stapler und Routenzüge. Ihre Positionen werden permanent erfasst und in einem 2D-Cockpit angezeigt. Auf Basis dieses Live-Trackings werden die Fahraufträge durch das Flexus Transportleitsystem einzeln optimiert. Wenn eine Palette aus einem höher liegenden Regalfach entnommen werden muss, generiert das Transportleitsystem dafür auch mal zwei Teilaufträge. Dabei führen die internen Transporte bei Knoll nicht immer direkt zur nächsten Fertigungsstufe, sondern häufig zu einem Pufferlager, für die Flexus eine eigene Stellplatzverwaltung integriert hat. Fazit, mit den mobilen Apps und dem Transportleitsystem von Flexus hat Knoll Maschinenbau die Intralogistik deutlich beschleunigt und optimiert. Sämtliche Vorgänge sind jetzt transparent. Die Kommissionierung läuft fast fehlerfrei und die Produktivität der Monteure ist gestiegen. Außerdem liegen jetzt gesicherte Kennzahlen vor, mit denen zuverlässige Prognosen und Terminzusagen möglich sind.